so wir gestorben nicht schlecht hier aber ich werde nicht aufgeben Mappusauos wir spielen wir im Ernst Mappusauos du wirst elendig sterben Mappusauos okay durchdringen schlag wie wärs damit he 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 okay er wollte mich verarschen Saurufo Ganax du heilige Scheiße sieht das Dino geil aus je aufträgliche Knöpfe werdet mich nie im Leben bezwingen doch momentan schon scheiße dass ich erschiete aber naja ich werde das Spiel noch schnell durch haben und und ich habe keinen bock jetzt ganze hier Scherestein Papier mit irgendwelchen ein bisschen zu machen okay zeigt mir das was anderes ist okay und ich habe den Kampf gewonnen ja diese letzte Aktion hat den Unterschied gemacht und wir haben die Welt gerettet glaube ich jetzt mal klär ihr dummen Kinder dachtet wohl die Alphagent und ihren Anführer ledigen zu können aber ich Doktor Z halte mein Wort das Steinprämmel und das Mädchen gehören dir he 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 maximal kam ein Steinprämmel erhalten wir sind mit dir noch nicht fertig Doktor Z sag uns lieber wie wir den Meteor aufhalten hm Meteor welcher Meteor he 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 stell dich nicht dumm mit dem Steinprämmel willst du den Meteor auf die Erde lenken macht euch nicht lächerlich ich will die Welt beherrschen nicht zerstören he 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 das wäre doch absolut grotesk he 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 und wenn es nicht die Eifergänge ist wer dann es ist safe keiner weiß das Schicksal hat den Kometen auf Kollisionskurs mit der Erde gesetzt ach so Schicksal Fade ist klar hey schon wieder diese Stimme Max und Mike nun nur ihr könnt nur noch das Schicksal der Erde beeinflussen wer wir halte den Kometen auf Super Surgeon Mike deine die Nippelsolle leuchtet deine auch Max jetzt kapiere ich jetzt langsam das müssen die Steine sein das ist richtig nun sind alle Steinprämmel an einem Platz sie können nun wieder ihre Ware vom annehmen den dritten Stein hmm Kinder sagt mir mit wem redet ihr die ganze Zeit konzentriert nun eure Wünsche auf die drei Steine helft uns den Kometen aufzuhalten gebt uns die Stärke damit wir diesen Planeten retten können Max und Mike wünscht euch für das Wohl dieser Welt wünscht es so fest sie es könnt ok wir werden helfen die Welt zu beschützen und beschützen und jegliches Leben das sich darauf befindet schweig 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schaut nur, die Steine, sie erhalten ihre Kraft zurück Unsere Theen, unsere Gefühle, sie haben die Seelen der Dinosaurier dieser Welt bewahrt Max, Mike, vielen Dank Ist das nicht wunderbar? Die haben die Welt und die Dinosaurier gerettet Ist das nicht toll? Allerdings Und der dritte Stein gehört auch wirklich mir abgemacht? Äh, was? Oder nicht? Ich hab schließlich das erste Stein von mir gefunden Kommt schon Geniert euch nicht Äh, nun bin ich einer von euch Max, Mike, heißt Heißt mich an Bord willkommen Ist es gerade hängen geblieben? Einen Moment, Zoe Kannst du auch den Stein hörten? Natürlich Aber dieser Stein gehört immer noch mir Hey, hey Was ist mit Dr. Z? Juhu, oh juhu Der alte Knacker ist weg Ich hätte nur das geschafft, hm? Super Saijin Oh nein, Jin to June Das ist schlecht, Max Unsere Dino-Pistolen Kommen jetzt eigentlich die Credits? Oh nein, unsere Dino-Pistolen Ach, wir sehen uns gleich wieder Okay, das geht weiter Oh nein, unsere Dino-Pistolen Und Steine trennen sich von alleine Das werde ich noch zum letzten Part noch hinzufügen Weil ich glaube, das ist jetzt der letzte Teil Sohaut zu sein Die Gefahr durch den Kometen besteht nicht mehr Die Welt braucht keine Dino-Pistolen mehr Die Dino-Pistolen sind ausgestorben Sie gehören nicht mehr in dieser Zeit Hört auf, Sohaut zu sein Ihre Geister werden doch immer bei uns sein Solange wir die Steine haben Ja, du hast wohl recht Ist es egal, wenn wir die Dino-Pistolen nicht mehr benutzen können? Ja, die Geister der Dino-Pistolen werden immer bei uns sein Ja, ich kann es überspringen Ja, ich kann es überspringen Oh, diese Gören Ich werde mir diese Steintaumette schon noch zurückholen Und dann gehört die Welt mir Hehe Wie könnte ich mich sonst, meinen Traum auf einem Dino-Saurier zu halten, erfüllen? Was? Wird mich... Oh, dieses... Hier, hier, hier Der ist so ein Vollfosten von einem Bösel-Wichten Einige Tage später. Wirklich, heute Morgen war also Zoe Stein wieder in sieben Fragmente zerbrochen? Es ist nur eine Theorie, aber mit der Beton der Erde und nachdem nur an alle Dosen wir weg sind, ist vielleicht die Kraft, die die Steinfragmente verbindet, schwächer geworden. Puh, so eine Erleichterung. Erst dachte ich, ich hätte sie zerbrochen oder so. Hm, ich wollte die Dinos doch mit meinen Steinen und Dino-Pistolen rufen, wenn die Alpha Gang was anstellt. Wir kleben die Dino-Pistolen noch mit den Steinen. Mann, hoffentlich müssen wir all das nicht nur noch einmal durchmachen. Das kannst du noch mal sagen. Ich bin froh, wenn die Dinosaurier und die Welt in Sicherheit sind. Oh, die Alpha Gang sagt, sie hätte noch lange nicht los. Hier, hier, hier. Diese Stimme. Diese Stimme. Das ist Dr. Z. Alter, Mann, verpiss dich. Los jetzt, Sander und Ed. Klaut diese Steinfragmente. Ja, Dr. Z. Verstanden. Ah, sie sind verschwunden. Die Steinfragmente gehören wieder mir. Mission erfüllt, Zeit uns auf, den Staub zu machen. Komm zurück, Sander. Gib die Steine her. Mann, wenn der Kerl irgendwas kann, dann ist das schnell rennen. Bis jetzt können sie mit der Dino-Pistole die Dinosaurier wieder für ihre Zwecke steuern. Was soll ihr tun, wenn die Dino-Pistolen nicht mehr nutzen können? Wie sollen wir sie stoppen? Äh, wir sie stoppen. Da, unsere Steine. Super Sergeant Modus, hey. Wenn ihr die Dinosaurier helfen wollt, wollen wir nochmal unsere Kraft zur Verfügung stellen? Fusion, ha. Mike, die Dino-Pistole ist wieder zurück. Max, die Steine werden uns nochmal helfen. Sucht nach neuen Dinosauriern und mit ihrer Hilfe rettet sie und die ganze Welt. Los doch, Max. Äh, Mike, wir können wieder mit Dinosauriern auf Entdeckungsreise gehen. Was soll das heißen, Entdeckungsreise? Los doch, Mike. Wir können wieder mit Dinosauriern auf Entdeckungsreise gehen. Es gibt noch viele Dinos, die wir noch nicht getroffen haben. Lass uns gehen, Max. Max, Mike, ich habe euch den Weg nach Kalimann, Afrika freigemacht. Der Teleporter in D-Komplex bringt euch dorthin. Dort findet ihr sicherlich neue Dinosaurier, die euch helfen. Danke, Ruiz. Was? Was? Hey, wir haben eine Übertragung von Ries. Max, Mike, leider scheint unsere Situation etwas kompliziert zu sein. So, ich werde es euch erklären. Es war nicht meine Schuld. Das müssten die gewesen sein. Wer sonst hätte es sein können? Was ist los? Alle meine Lieblingsstücke sind verschwunden. Gestohlen. Was? Wer würde denn so etwas tun? Es war sicher die Alpha-Geld. Erinnerst du dich an Ed, der hier mit Dr. Seth aufgetaucht ist? Und Ed ist dann in dem ganzen Tumult einfach verschwunden. Er muss sich davon gestohlen und Zoys Zeug geklaut haben. Wir stimmen auch hier unter Wäsche. Hört mit den Diskutieren auf und holt lieber mein Zeug zurück. Okay, wir sind dran. Los jetzt, Mike. Lass uns die Steinformen und Zoys zurückholen. Ich bin dabei. Wird Zeit, dass wir uns die Alpha-Geld vorknöpfen und zwar jeden einzelnen. Die einzelnen Mütter, die der Alpha-Geld verteilen sich angeblich auf der ganzen Welt. Ihr zählt auf euch zwei. Wir werden jeden Alpha-Geld nach der Alpha-Geld absuchen und in einem Lektion erteilen. Die Teleporter wurden so eingestellt, dass ihr von allen D-Komplexen ins D-Labor zurückkehren könnt, wann immer ihr ihren Schwierigkeiten steckt. Verstanden? Ähm. Ähm. Äh, ja. Ja. Ich bin umschattetisch mit der Neu-Fung zu verbinden. Hört mit der Neu-Fung sind Sie sicher, Sie haben sich doch durch die Müge. Äh, äh, fertige Produkte, ja. Wir haben die Meisterbohrer. Und diesen Meisterbohr könnt ihr Fussien finden, die in Afrika vergraben sind. Apropos. Thor müsste jetzt mit seiner neuen Erfindung fertig sein. Ah, okay. Und du? Äh. Okay. Okay. Äh, äh, Restaurierungsraum. Komm, die machen wir das mal. Bisschen Abwechslung. Äh. Ich glaube, das werde ich nicht, das ist ein neuer Part. Das werde ich nicht zum nächsten Part hinzufügen. Wir können jetzt nach Afrika. Ich habe auch gelesen, wir können nach Afrika oder Australien. Okay, den Dino haben wir noch nicht. Gigano Toro. Okay. Äh, nein. Ich habe auch gelesen, jetzt können wir auch noch ein paar Dinos neu beschwören. Ich musste sowieso nach Bubi Village, weil ich noch ein paar Suppen holen musste. Komm. Komm. Das Dino habe ich noch nicht. Pethagosaurus. Nein. Und ja, okay. Ich weiß jetzt, ich kann jetzt mir eigentlich so gesagt alle Dinos holen. Es gibt ja diese... Och da, ich zeige euch gleich den mal. Erst, wenn ich nach Bubi Village gegangen bin. Und tut mir leid, weil ich die Credits rausgeschnitten habe. Ich habe keinen Bock auf diese Credits gehabt. Und es hat nichts gebracht. Wenn ich das gesehen hätte, es würde sowieso weitergehen. Ja, okay, das kann ich gleich nach Hause schicken. Zurückschicken. Ja. Wir können nach Afrika. Äh, Gobi Village war hier. Können wir auch noch nach Südamerika? Wenn ich gerade so mal darüber nachdenke. Komm, gib uns den. Äh. Ja, gehen wir halt da, wir kriegen die Meisterradar. Äh, das Meisterradar. Damit könnt ihr Fossil finden, die in Afrika... Ach so, Ultimativ, oder? Okay. Und bei dem kann man Suppe holen. Okay. Ähm. Ähm. Ach so, ich muss ja da hin, um an die Arktis zu kommen. Ähm, so. Jetzt können wir... Jetzt können wir hier durch. Also, so gesagt, kann man hier neue Dinos rausholen und das werde ich jetzt auch gleich machen und deswegen... Nein, erst gehe ich in die Arktis, gehe ich da super auf, dann treten wir uns hier gleich wieder. Okay. Ähm, ja. Okay, damit haben wir, so gesagt, alle Missionen nehmen wir schon jetzt bis er fertig. Und das nächste Mal... ...hull ich mir neue Dinos. Und das zeige ich euch dann bei diesem Steinframmendenort, äh, bei dem Dinoort da, was ich dann, äh, davor gezeigt habe.